Hallo! In einer Welt voller Perfektionismus und dem Drang danach, möchte ich dich daran erinnern, dass es unnatürlich ist, wenn jede Augenbraue exakt gleich gebogen ist und deine Augen genau gleich groß sind und deine Nasenflügel und die Lippenbogen, all das ist total schön, weil es so genau nicht gleich gespiegelt wirkt auf beiden Seiten. Diese kleinen Unebenheiten machen uns erst so wunderschön und das meine ich nicht, um dich zu trösten. Da gibt es klare Experimente, wenn man eine Gesichtshälfte einfach nur spiegelt und so bearbeitet, dass man nicht sieht, dass gespiegelt ist, wirken diese Menschen nicht sympathisch, nicht ästhetisch, nicht echt. Die Menschen möchten Abstand zu diesem Bild halten und wenn wir so natürlich sind, dann lieben uns die Menschen. Also versuch es nicht perfekt zu machen, es reicht, wenn es fast perfekt ist. Bleib immer wertschätzend, herzlichst, deine Betül.